Brasilien ist flächenmäßig der fünftgrößte Staat der Welt, mehr als hundertmal so groß wie Österreich. Und Brasilien ist ein globaler Player in Sachen Wirtschaft. Das macht das Land auch für ausländische Unternehmen attraktiv. Warum? Wir haben nachgefragt. 215 Millionen Menschen leben in Brasilien. Wirtschaftlich gesehen folgt jetzt auf eine längere Stagnation im Land die Erholung. Aber wie das? Woran das liegt, da gibt es zwei Gründe. Das eine sind die Agrarpreise, die zu stark gestiegen sind. Also die Nachfrage nach Agrarprodukten ist in Brasilien sehr stark. Das ist gestiegen. Und andererseits hat der Staat viel Geld mit der neuen Regierung reingemacht, Mindestlohn erhöht, Arbeitsplätze geschaffen, staatliche Projekte anlaufen lassen. Dadurch ist auch so ein internes Wachstum entstanden. Brasilien ist zum Beispiel weltgrößter Exporteur von Zucker, Soja oder auch Rindfleisch. Jetzt nimmt die brasilianische Regierung unter Präsident Lula da Silva viel Geld in die Hand, um die Wirtschaft noch mehr anzutreiben. 320 Milliarden Euro ist das Investitionsprogramm der brasilianischen Regierung schwer. In die Bereiche Infrastruktur, Energie und sozialer Wohnbau soll besonders viel investiert werden. Rund ein Drittel des Gesamtvolumens soll aus dem Privatsektor kommen. Besonders hier gibt es Geschäftschancen für ausländische Unternehmen. Diese will auch Österreich nutzen. Die österreichischen Wirtschaftsbeziehungen mit Brasilien sind sehr gut. Österreich hat vor kurzem angekündigt, die brasilianischen Militärflugzeuge C-390 von Embraer zu kaufen. Dies eröffnet neue Chancen für österreichische Zulieferungen und Technologiekooperationen. Geschätzte 1000 Brasilien-Experteurinnen und rund 150 österreichische Niederlassungen. Damit ist Österreichs Wirtschaft in Brasilien gut aufgestellt. Wie die Zukunft aussieht, hängt von vielen Faktoren und der wirtschaftlichen Entwicklung Brasiliens ab. Wenn China wächst, wenn die USA wächst, wenn die EU wächst, dann wird auch Brasilien wachsen. Brasilien selber hat auch eine eigene Dynamik, aber die reicht noch nicht aus. Es braucht die Kapitalzuflüsse durch Handel und durch Investitionen. Und davon wird es eigentlich abhängen, was jetzt passiert. Einfach rein in Brasilien